Und es gefällt mir, dass hier das richtig im Schnelldurchlauf durchgenommen wird. Bei der Ausbildung waren es drei Jahre, wenn man es schleppt und hier knacke ich direkt hintereinander. Das gefällt mir sehr gut so. Aber man bekommt die ganze Ordnerorganisation, die man da bekommt und alle Unterlagen sind super gut durchstrukturiert und man kann gut folgen. Auch mit dem Lettenverein waren wir schon mal an so einem Grundlagenkurs hier bei der DGZFP und jetzt ist es ein bisschen vertieft und da finde ich die Durchstrahlungsprüfung ziemlich interessant, weil wir die noch ein bisschen durchgenommen haben damals und jetzt geht es viel mehr in die Tiefe. Und auch diese Geräte da unten richtig mal kennenzulernen, die Bilder die da entstehen waren super, wir konnten aber selber runterlegen, das fand ich sehr interessant. und auch, dass ein bisschen dieser Respekt vor der ganzen Thematik mehr beigebracht wird. Gleichzeitig aber auch die Angst genommen wird, dass das alles sehr eine Magie ist oder sonst was, weil wir da immer Angst haben, was sind. So wie die Sicherheitsvorkehrungen da sind und wie die geklärt sind, kann man den Job voll machen und das nimmt mir viel Angst vor der ganzen Sache. So wie das war very, dass wir da, dass du das Haus nicht metrics verabschiedest, bei dem das Buch her auch immer gut tun sind und auch einfach verabschiedest. Vielen Dank.